Schon am Tag der Amtseinführung des neuen Verteidigungsministers Boris Pistorius überschlagen sich die Ereignisse um das hinterlassene Desaster seiner Vorgängerin Christine Lambrecht. So heißt es in der Welt, plötzlich doppelt so teuer. Lambrechts wichtigster Deal vor dem Aus. Der Preis für die Lieferung der bestellten 60 Transporthelikopter für die Bundeswehr hat sich verdoppelt. Damit steht der gesamte Hubschrauber-Deal in Frage. Nun kommt ein Konkurrenzmodell in Betracht, gegen das sich Lambrecht aus Kostengründen entschieden hatte. So heißt es auch im Business Insider. Der Kauf von 60 schweren Transporthubschraubern gilt als eines der größten Rüstungsprojekte der Bundeswehr. 6 Milliarden Euro hat man dafür eingeplant. Doch nun soll eine Recherche von Business Insider fast doppelt so viel kosten. Der Grund, die US-Armee, bei denen Deutschland kaufen will, habe signalisiert, dass Deutschlands Wunschausstattung kostenintensiver sei, weil einige Komponenten auch noch gar nicht fertig entwickelt worden sind. Verteidigungsminister Boris Pistorius dürfte das nun gleich zu Beginn seiner Amtszeit in die Bredouille bringen. Und vor allem auch Rüstungsstaatssekretär Benedikt Zimmer könnte der Fall seinen Job kosten. Nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, Ende Februar das 100 Milliarden schwere Sondervermögen für die Bundeswehr angekündigt hatte, stand ein neuer, schwerer Transporthubschrauber für die Truppen ganz oben auf der Einkaufsliste der Regierung. Ausgewählt unter anderem vom Kanzler persönlich. 60 Maschinen des Typs Chinook will die Bundesregierung bis 2030 von den USA kaufen. Dafür planten Scholz und die inzwischen zurückgetretene Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, SPD, 6 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen ein, das im Dezember beschlossen wurde. Aber heute kann man sein Ministerium als Schabenhaufen hinterlassen und bekommt nach seinem Rücktritt trotzdem noch ein Einkommen und Auskommen, wovon die normal arbeitenden Menschen und auch die Rentner nur träumen können. So kann sich Christine Lambrecht auf über 200.000 Euro in den nächsten zwei Jahren und mindestens 4.500 Euro Pension im Monat freuen. So viel steht Verteidigungsministerin Lambrecht nach ihrem Rücktritt zu. Denn für die Zeit nach ihrer Ministerinnentätigkeit steht ihr nun ein Übergangsgeld in sechsstelliger Höhe zu. Weiterhin bekommt Lambrecht ab einem Alter von 65 Jahren eine Ministerinnen- und Abgeordnetenpension in Höhe von mehreren tausend Euro im Monat. So schreibt es der Business Insider. Und dieses üppige Geld, obwohl im momentanen Bundestag sehr viele Mitglieder vertreten sind, die weder ein abgeschlossenes Studium, geschweige denn eine abgeschlossene Ausbildung nachzuweisen haben, Fachkompetenz sieht da meiner Meinung nach anders aus.